Wir rufen beim Döner-Mann. Pst! Du musst doch mal einsprechen. Ja hallo, hier ist Mats Jörn Steffens. Ich würde gerne ein paar Sachen bestellen. Das wäre einmal eine Döner-Tüte. Einmal Döner-Tüte. Dann ein Döner-Teller ohne Tomaten. Einmal Döner-Teller ohne Tomaten. Tüte welche Soße drauf? Ohne Soße. Ohne Soße, ja. Gut, weiter. Döner mit Tzatziki, schön scharf. Dann einen normalen Döner mit Tzatziki, schön scharf. Richtig scharf. Brennen muss aus einer Roselle. So, du? Ich nix. Du? Sicher? Gut, alles klar, das wär's. Okay. Abholen? Ne, bitte liefern. Wo geht das hier? Marinstraße 3A. Da waren sie vorgestern erst. Marinstraße 3A. Und junger Mann? Wie bitte? Kalbfleisch ist nicht zu viel. Jedes Wand, wie viel genug und Kalb und Rest hinchen gemacht? Ja. Ja. Ja? Was? Ja, mach mir. Okay. Ja, wie lange dauert das ungefähr? Einmal bis drei, fünf Stunden. Alles klar. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.